Ich habe gesehen, dass nur 14% meiner Zuschauer meinen Kanal abonniert haben. Also abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und aktiviert die Glocke, um keine Best-O-Fs... Best-O-Fs? Mein Gott, das ist doch nicht so schwer. ...her zu verpassen. Ole, 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 scheiß Bullerei. Ole, ole. Was machen Sie denn da? Ole, ole. ...wann besser. Und rein der Welt! Oooooooh, der war nice. Uuuuuh, ich bin scheiße! Okay, jetzt fresse ich glaube ich. Passt du dir? Ne. Hä? What the... What? What? Was war das denn? War überhaupt nicht der Fliegenfänger! Wer jetzt einen Torschieß hat gewonnen. Okay. Oh, yeah! Yes! Ohohohohohoho! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe kein gutes Gefühl, Guys. Ich habe absolut kein gutes Gefühl! Nein! Kacken! Ich habe es gerettet! Das... ...schmeckt! Lecker! Der Tower auch quasi ein Baumstamm, in dem man unterwegs war. Ah, halt die Maul! Hi Bro! Was geht? Allergästern richtig blöder Wichser! Hat Eier an mein Haus geworfen! Hab ihn einfach aufgegessen! Ich kann rechts rein, links raus. Ich muss... Ich bin ja so blöd! In der Tat! Bester Versuch bisher, bester Versuch bisher, bester Versuch bisher! Oh mein Gott! Was?! Boah, das... ...wischen groß und klein, aber... ...bäh, eh, eh, eh! ...bäh! ...bäh! Es ist Sonntag. Let's go, Fragen gefeuert, 3, 2, 1, go! Das ist ein schwieriges Wort, ne?